Hallo, guten Tag. Mein Name ist Hussein Jutzeven. Ich bin der Generalmanager von den Delevante Hôtels in Wien und mit den zwei Standorten Levante, Parlament und Delevante Laud. Obwohl Wien eine sehr gefragte Stadt ist und auch eine sehr gute Auslastung über das ganze Jahr hat, gibt es natürlich Monate, wo es schwächer ist. Da kann man mit sehr guten Angeboten das Produkt noch attraktiver machen. Aber ich glaube, wir haben den Erfolg mit Groupon so erzielt, dass wir auch in den starken Monaten, wo wir noch diesen fünf- bis zehnprozentigen Zuwachs benötigen, das auch über das ganze Jahr aufteilen können. Die Kooperation mit Groupon läuft bei uns auf Gutschein oder auf Voucher-Basis. Das heißt, der Gast kauft ohne einen fixen Termin einen Gutschein an und die Kommunikation läuft wunderbar. Also wir haben sofortige Buchungsresonanz vom Gast. Wenn ein Gast einen Gutschein hat, der weiß ganz genau, was kostet der Gutschein, was kostet der Original. Wir erfinden hier keine Fantasiepreise, sondern es sind wirklich die tatsächlichen Preise, die Startpreise sind. Das spürt auch, das sieht auch der Kunde. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Unser Weg ist ganz klar. Also wir wollen weiterhin mit Groupon verstärkt zusammenarbeiten. Wir haben auch ein F&B-Konzept und wollen auch über Groupon unsere anderen Outlets auch vermarkten. Seitdem wir mit Groupon begonnen haben, haben wir in den letzten Jahren eigentlich die Buchungen und die Umsätze verdoppelt. Und das ist auch, glaube ich, der Erfolg hinter Groupon, dass sie auf einem Schlag viele Länder bedienen, viele Märkte bedienen. Also wir sprechen von einer Wien-Wien-Situation für beide Seiten und das ist mit Groupon eine sehr gute Zusammenarbeit.